Dieser spezielle Dominostein wird wieder aufgesetzt, wenn er umgestoßen wird. Denn das hat mit seinem bewusst designten Aufbau zu tun. Denn nach den Regeln der Mechanik ist diese Bewegung einfach die logische Folge, die der Aufbau zulässt. Und so schlägt der zweite Stein dann mit der Bewegungsenergie des Umfallens den ersten wieder nach oben. Techtastisch!